Ich auch! Tobi, was hast du? Pfff! Es ist immer spannend, wie du damit hochkommst. Oh mein Gott! Komm! Aua! Ja, Tobi! Warte, ich dreh hier! Das schaffst du niemals! Okay, Leute! Könnte wieder... Warte, Tobi! Warte, bevor du es machst! Schafft der Tobi, es hier zu wenden? Jetzt in die Kommentare schreiben! Ja oder nein! Ohne, dass wir ins Wasser fallen, natürlich! Es tut mir leid, die Hoffnung über mir hatten. Es tut mir leid, äh... Die Leute, die Hoffnung über mir hatten. Aber mein Heli war kaputt. Tobi, wenn du das schaffst... Pfff! 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 Das geht nicht! Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Jungs, ich hab ein Boot! Ich hab ein Boot! Mit... Wo vier Leute reinpassen! Ja, du holst mal ab hier! Oh, wie geil, Tobi! Voll trocken! Bist du da runtergefallen! Okay, schon das zweite Mal nein! Achso, ich bin da, der da unten am Wasser ist. Ich komm hier nicht hoch! Du schwimmst gerade wie so ein Fisch auf Land! Zappel, Philipp! Alter! Oh, oh! Das war auch ein wunderschönes Bild! Dreh dich mal auf! Wie kann ich denn da einsteigen? Ich will vorne sitzen! Okay Dean, warte! Los geht's! Fahr zum Flughafen! Nein, ich fahr zum, äh, Dingswiller! Nach Hummus-Grecken-Boot! Hier vorne! Ähm, Flugha... Ähm, Flugzeug! Einen Flughafen willst du dir holen? Ja, ja! Zum Mini-Mutter zum hier-Essen! Mit Ketchup oder Mayo! Machst du deinen auf scheußlich oder was? Äh, aber ich wollte auch nochmal witzig sein, Tobi! Nein! Ist verboten! Echt! Aber ich... Knopper's halb 10! Wie spät haben wir eigentlich im Spiel gerade? Komm, wir haben 13.55 Uhr! Schau mal mein Handy raus, warte! Oh, das Handy mit Tasten! Ich hoffe, du hast'n Apfel! Ein Apfel? Ne, ich hab' Samson in meiner Tasche! Von Cisabstraße! Ich hab' Elmo! So, raus! Ja, man geht sich, ne? 2 Minuten! Was machen wir denn jetzt hier so schönes? Ja, warte, ich hol' ein Heli! Ich will auch nochmal fliegen! Nein, ich bin ein besserer Pilot! Du kannst nichts! Okay, wenn du das okay findest! Wo ist denn hier der Heli eigentlich? Schönes Auto! Juhu! Ich seh' meine Reifen schon kaputt! Alter! Wo ist denn hier der Heli? Tobi, fahr' mal links, fahr' mal links! Da fahr' gerade aus und dann links! Links, 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 links! Hier müssten die auch irgendwo sein, aus'm Weg! Ja, fahr' links! Ne, die sind links! Oh! Oh, seid ihr dumm! Irgendwo hier, Tobi! Tobi, du fährst vorbei! Wo sind die denn? Hinter dir! Hä? Ich dachte, du sagst Stopp, wenn du da bist! Fahr' mal gerade aus! Fahr' zum Dean! Ich möchte, dass du so eine erotische Stimme hast, wie die Frau im, äh, im, äh, im, äh, plavi! Please do light! Left! 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 Oh! Oh, den Opa! Der einmal Hans Willi hat sich grad' noch ein Käpfchen geholt! Oh! Dean, fahr' mal hin! Ich weiß nicht wo's ist! Ja! Jambalaya! 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 Oh! Jambalaya! Wir müssen auf jeden Fall noch paar Community Challenge machen! Ob er es schafft oder nicht! Das muss noch kommen! Schieb' dich an Dean, okay? Nein, hau' ab! Hau' ab! Okay! Ich glaub' hier war das, ne? Nein! Nee! Geradeaus weiter, Tobi! Ich sag' dir wo! Fahr' gib Gas! Gib Stoff! In der Baustelle musste man irgendwas mit Snipern machen, ne? Naja! Da bist du auf'n Haus, oder? Ich weiß nicht, so lange her! Wir nehmen uns jeder mal nen Heli jetzt gleich! Nee, nee! Das ist das Kacke! Doch! Und dann machen wir mal Heli Battle! Achso, das können wir machen! Ja, da bist du dann dabei wieder, ne? Ja, Menschen töten, Dean! Da findest du gut, ne? So, so bist du! So'n böser Fuchs bist du! Deine Mutter hab' ich auch so heftig penetriert, dass sie jetzt tot ist! Puh! Was ist penetrieren? Ja, penetrieren mit einer, mit einer Kugel! Also mit meiner Kugel! So, ich hab' mir die... Warum komm' ich raus? Du Fixer! Eat' mal! Eat' mal tralala! Noch nicht, Dennis! Scheiße! Das mein' ich mir noch nicht, jetzt haben wir gleich keine Helis mehr! Doch, drei Stück sind hier noch! So, ich wollte auch noch einmal Spaß machen! Einer ist hier noch! Nee, zwei! Tschüss! Okay, Dean! Es ist ein Duell zwischen uns beiden! Dennis, das ist unfair! Der gehört mir! Wie komm' ich denn hier hoch? Schreib's in die Kommentare! Ey, ich komm' hier nicht hoch! Mach' Spaß! Tobi, Dean! Sag' mal ehrlich! Wie komm' ich hier hoch? Tja, wirst du gar nicht wissen, ne? Wie komm'... Hä? Ach so, jetzt! Warte auf, Tobi! Bitte! Mach' ihn nicht kaputt! Ich will dich anschießen! Ich will nicht den Heli! Aua! 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 Ich! Nicht schießen! Ohne schießen! Aua! 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 Du Erosixx! Wo bist du? Weiter hoch, weiter hoch! Aua! 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 Maitley! Wie der Wunder gefallen ist, wie so'n Brocken, Alter! Oh! Komm' mal da unten, Tobi! Mladladah! Ja, ich bin tot! Nur weil ich so drauf gegangen bin, wie so'n Hurnsohnlein! Na, hol' den neuen! Tobi, würdest du dir auch einen holen? Tobi? Ja? Willst du dir auch einen Heli holen? Oh, doch, da ist einer! Dann müsstest du jetzt rausspringen! Ich bin doch schnellst' rausgesprungen vorhin! Ach, du bist schon draußen! Ach so, der Herr! Dann hol' dir auch einen Heli, Tobi! Ja! Da sind zwei mittlerweile gespawnt! Bei mir sind vier! Ne, zwei jetzt wieder! Behindertatsspielen! Das kann man auch mal zeigen hier! Das ist Pier 45! Shops and Restaurants! Das war das erste, was man damals von GTA 4, glaub' ich, gesehen hat! Die Docks! Ja, und diese Brücke halt, ne? Mit diesen Häusern! Ja! Na toll, ich bin abgesoffen! Pfff! 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 Schön trocken abgesoffen! In Sperma! In Weißglut! Ah, hier war auch Perseus! Komm mal rein! Was war das denn? Was? Was war das denn? Mein Aschenbecher! Was? 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 Der Tobi raucht! Ja klar, das weiß doch immer mittlerweile jeder! Also, Leute! Tobi raucht mit seinem Anus! Tobi raucht mit seinem Anus! Hahahaha! Da hat er DIN jetzt gesagt, Leute! Anus raucht mit dem! So, Tobi hast'n'Heli? Ja! Ok, DIN hat'n'Heli! So, wir machen jetzt gleich wieder das Community Battle! Ihr müsst wieder gleich raten! Ahhhhhh! Alter! Ey, bei mir fliegst du grad wieder zurück! Und jetzt wieder ins Wasser! Alter! Aua, Mann! Alter! Ich kann nicht mehr! Alter, wie genug geflogen bist! Du bist voll über dem Boot geslidet! Alter, du siehst jetzt aus wie ein Niki-Lauder im Gesicht, ey! Alter, geht auch leidig! Ey! Au! Kann man auch einen im Wasser wegrotoren? Ja, bitte noch nicht, Tobi, ich will auch mal rein! Oh, ich bin eh, glaube ich, gleich kaputt! So, wir machen jetzt das Helikopter-Battle endlich! Sind denn noch genug Helis da? Ne, nur noch einer, ne? Ja! Nein! Oh! Nein! Scheiße! Hast du jetzt gemacht? Dien, kannst du mir helfen, bitte? Ja, warte! Man bleibt stehen, das... So, warte! Aber erstmal... Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter, wo... Alter! Nein! Ey, ich lebe noch! Oh, ich bin in den Beton gelandet! Ich bin in der Baustelle... Ja toll, ich komm hier nicht mehr raus, Leute! Warte, ich komm zu Hellspeck! Ah, ich bin wieder... Ich komm hier nicht mehr raus! Doch jetzt! Ey, das warst du ja vorhin der Schrotthändler, Dean! Warte mal! Ah, nein, nein, nein! Oh! Ich hab keinen Motor mehr! Ich auch nicht! Lass... Das Hellspeck mich spawnen gleich, dann... Geht er wieder! Wah, wie geht's? Entschuldigen, wir müssen gerade durch die Gegend streiten, aber sonst ist alles okay, ne? Das ist ne Heli! Ja, ich hol mir den! Der bleibt mir! Das ist der kaputt, ne? Oh! Oh! Dean, wo bist du? Ich bin hier! Ich warte auf das Hellspeck wieder, ob ich spawnen! Entschuldige, ich will mit der Mülltonne umfahren, aber... Warum sagt einer, eat my dick? Steilmenschen bauen! Komm, Tobi, steck ein! Der ist kaputt! Warum ist der hier kaputt? Ja, hinten dran liegt's doch echt der Flügel! Bei mir fliegt der! Achso, der warte... Ich heb dich an! Warum? Ich flieg doch! Hä? Bei mir ist der kaputt? Lol, bei mir auch! Lol, bei mir auch! Lol, lol, lol! Ich flieg nicht! Hahahaha! The fuck! Tobi, fahr mal in den Heli rein, damit das wieder ins Hellspeck geschäubt wird! Oder Dennis, schieb mal den Heli an! Moment, ich muss ihm den Tobi anschieben! Du darfst mal flüchten! Nein! Nein, das ist vorm Hellspeck, Alter! Mann! Warte, Dean, ich helfe dir! Nee, mach den nicht kaputt! Nein, ich schiebe ihn, komm! Ah, jetzt ist der Heli wieder heile! Warte, ich geh ganz langsam runter! Alter, das mit der Leiter ist auch ein bisschen verbuggt, ne? Ja, man muss da... Wie bald, wenn man im Auto einsteigen will, muss man da drauf drücken! Hallo, jetzt geht doch mal die Leiter hoch, Mann! Kann ich mehr da ran? Warte, mach, 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 mach! Ah, jetzt! Aber nicht mit dem Rotor! Einfach nur anschieben! Nee, ich versuche hier gerade runter zu gehen! Nein, lass es! Ups! Scheiße! Du kannst dich trotzdem noch retten! Scheiße! Ich hole mal ein Auto! Ja, warte! Oh, oh! 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 Parcourmeister Tobias! Nein, du hoher Sohn! Ah! 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 Oh mein Gott! Ah! Ah! Wo bist du, Alter? Ah! Ich lieg auf Dennis, ein Heli gerade, ne? Ah! 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 Warte, warte, warte! Schreie rein, Tobi! Warte, komm hierhin! Ich spring auf die Mülltonne! Oh! Ah! Oh! Warte! Gib's mich! Komm! Wenn es drehe mich hart! Oh! Das war ja nix! Du bist trotzdem geflogen! Ich spring mal los! Ich spring mal los! Komm! Schack mal ein! Schack mal ein! Beug dich nach vorne! Warte! Wo bin ich? Scheiße! Jetzt ist mir dein Unglück passiert! Ich lebe noch, lol! Was? Wo bist du? Ich bin nach dem Polizeirevier! Ich lebe noch! Du bist nach dem Polizeirevier?! Ja! Oder was das hier ist, wo man auch in der Mission rein muss! Wie fällt? Kann mal jemand mit dem Auto kommen? Ja! Ich komm! Reparier mal den Heli dien! Alter! Bist du grad geflogen! Wie krass das war, ey! Hier komm, Tobi! Schnell! Bevor der weg ist! Der geht nicht weg, so lange du bleibst! Ja! Okay! Wenn wir alle aus dem Gebiet wieder rausgehen und wieder dann hingehen, dann stehen da wieder alle Helis übrigens! Ja! Aber reparier den mal eben! Also schieb den mal da rein, dann fliegen wir ne Runde und dann lande ich wieder hier! Mit dem Motorrad! Nee! Dien kommt schon! Idiot! War jetzt der Dank oder was? Okay! Ja, dass du dich geschleudert hast, du Hurensohn! Du Hurensohn sagst du? Ja! Nein! 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 Scheiße! Mein schönes Meteorrat! Hau ab! Ich wollte glücklich! Einfach reinsteigen! Voll noch wer... Du Schut! Oh nein! Ey, wie dramatisch deine Figur schreit! Warte, ich versuch's! Ich versuch's! So, jetzt fahr mit voller Pulle! Du musst von vorne dagegen fahren! Duldin! Ja! Komm wir fahren einfach mal mit nem Auto ne Runde! Tobi steck mal ein! Was tut er? Tobi steck ein! Warte, ich hab das Assassin's Creed Syndrom! Ich muss hier hoch springen! Nein! Das wirst du ja nicht schaffen! Alter! Nein! Das fliegt! Du blutest aus dem Arsch! Soll jetzt springen aufs Auto! Und? Ihr könnt mich mal! Leckt mich! Leckt mich kreuzweise! Tobi hast Rackernokutan! Komm, die in Dayman ruhen, dann sind die Hillis wieder da! Ja, tschüss Tobi! Tobi, auf die Tore! Tobi, auf die Tore! Bring aufs Auto! Ich will mit! Warte, ich fliegt ein Riffelsgang! Oh, ich kann nicht bremsen! Ups! Ui! Kicks mich nicht! Den drehen wir ne Runde! Ja, fahr ruhig über meine Leiche! Ist schon okay? Schändiger! Warte, hier kann man das Auto kaputt machen! Warte, bleibt mal da stehen, Dennis! Jetzt nicht überleben wahrscheinlich, aber... Nein, da musst du woanders drauf schießen, warte! Ja, wo... Boah! Aua! Ich muss das Held wegholen! Lass mich fahren! Nein, komm rein! Wir drehen eben ne Runde! Ich muss das Held wegholen, bin ich tot! Ah! Wo bist du? Scheiße! Tobi, wo bist du? Ich such grad ein Auto holen, was mir gemüt ist! Was mir gefällt, was mir gemüt ist! Ich hab ein Heli! Ja, ah ja, hier stehen ja wieder welche! Ah! Genau, wollte ich grad sagen! Ne, da steht nur einer bei mir! Soll ich dich wieder wegschleudern? Nein! Ich will auch nen Heli haben! Wir wollen auch nen Heli-Bälle machen! Jetzt einsteigen? Ja, warte, ich komm! Ich helfe dir beim Abflug! Nein, wir müssen es nicht schaffen! Oh, oh! Nein! 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 Knapp! Ich trau dich! Tobi, komm, wir drehen mal ne Runde! Ja, warte! Denen, flieg du auch mal ne Runde, bitte! Gibt's hier, gibt's hier keine RPGs oder wat? Doch, wenn du im Heli bist! Ich hab zum Beispiel grad einen! Komm, gib Gas! Das ist aber ärgerlich! Mit Schuss! Fahre ne große Runde einfach! Danke! Was ist denn hier? Oh nein! Ja, guck mal, hier ist die Müllfabrik! Und der Arme gibt's schon eine Butter! Ohoho! Na, danke Tobi! Ja, es war die Alarm für Cobra-Elf, eh, eh Drehung! Ja, ich fahr aber noch! Kann doch wieder Heli stehen, warte! Ich fahr mal wieder dahin! Find ja bei Mafia richtig geil, dass du mal Autos reparieren kannst! Ja, da stehen wieder Helis! So, dann machen wir das Heli-Battle! Hat man die gerade schon? Ne. Alle drei zu summon. So fährt man in die Kurve. Die muss aber schon fair sein. Oh mein Gott, nein! Jetzt lass die anderen Helis da. Tobi, hol dir einen. Die sind beide kaputt. Nein, da steht... Alter! Oh nein! Guck mal her! Ich flieg noch! Ich werd dich aufgeben, ich werd meinen Traum verfolgen! Tobi, da hinten steht noch einer. Ja, ich bin im Wasser unten, warte. Ich komm. Was machst du da? Ah, ich bin da oben landen, ja! Ja, ich hab's geschafft! Tobi, da hinten steht noch einer, hol dir den. Ich hol mir den hier, warte. Dina, kannst du doch nicht mehr mitfliegen. Versuch mal, damit in den Healthpack zu fliegen. Ne, bei mir ist er ganz. Ja, bei mir ist er eigentlich kaputt. Ja, das ist genau das gleiche wie vorhin. Okay, warte. Tobi ist auch drin. Okay, jetzt machen wir erst mal trennen hier ein bisschen. Ach so. Warte. Okay, warte. So Leute, jetzt schreibt in den Kommentaren, wer wird das Helikopter-Battle gewinnen? Sind ich, Tobi oder Dardin? Achtung, fertig, los. Jetzt in den Kommentaren schreiben. Ohne Schießen, ohne Schießen. Ohne Schießen, okay. Nein, 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 nein. Oh. Der DIN verfolgt mich. Nein. Na komm her, Tobi, komm her. Ah, nein! Ich hab gewonnen! Der Dean hat gewonnen! Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht! Okay, der Dean ist im Finale, Tobi. Jetzt müssen wir den Dean ausschalten. Hä? Was? Das ergibt keinen Sinn? Warum? Er hat gewonnen. Ja, und jetzt kriegt er einen auf dem Arsch jetzt hier. Wirklich? Okay, 2-1-1 oder was? Der Dean, der Arsch ist immer noch weg. Ah! Oh, ups! Ey, du Wobbit! Warte, Dean, warte! Wenn du Mann bist, wartest du. Jemals! Er steht wieder, er steht wieder. Also, der Heli. Ich hab dich extra zurückgehalten, ausnahmsweise. Nein! 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 Ja, Dean hat war jetzt eine Abfuhr, ne? Nein! Oh, das ist aber ärgerlich. Da bin ich richtig von weggeschleudert. Ich will auch einen. Alter! Hallo, Tobi! Weißt du, oh mein Gott! Bring mich mal bitte um jetzt. Geht nicht. Ich hab Bock wieder zu schwimmen, ich bin eben erst geschwommen. Mach die Figur, hält die Figur, Finn. Warte, Dennis. Nein. Ach, Scheiße. Okay, ich warte, ich warte. Jetzt fährt das Boot einfach über mich drüber, genau. Pennerboot. Hau ab! Voll trocken immer, ey. Alter! Wo bist du denn gefloge? Ich bin hier im Wasser. Versuchen wir mal im Wasser weg zu rotern, das schaffst du nicht. Ja, lass mal. Das geht nicht. Das geht hier nicht kaputt. Wie sie alle mit ihren Boots hier rumfahren. Mit ihren Boots. Alter, Tobi, lass dich lieber weg. So, wir machen jetzt nur einen Helikopter-Stun. Nein, nein, nein. Dann haben wir, glaube ich, erstmal ziemlich lange Folgen für euch hier im Petto. So. No, 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 no. Ich empfehle übrigens jeden GTA-Zuschauer auch mal bei... Auch mal bei Minecraft oder so reinzugucken, ist auch lustig. Scheiße. Ja, das geht. Minecraft. Warte, Dennis, warte, Dennis, warte, Dennis, warte, Dennis. Ja, bevor der Psycho kommt da hinten. Flieg! Nein! Nein! Nein, ihr seid auch kaputt. Ja, aber du bist der erste kaputt gegangen, ey. Du bist der erste kaputt gegangen. Komm mit, Tobi, komm mit, komm mit, komm mit. Jetzt seid ihr erst kaputt gegangen. Komm mit, Tobi, komm mit. Warte, ich will mich erstmal hier in den Strom stellen. Was? Oh, geil. Was? Komm mit, Tobi. Hold up. Stromscharzt. Kann man da ansteigen? Wo denn? Der ist kaputt, ne? Scheiße, ich wollte damit versuchen nach vorne. Egal, wir fahren mal mit dem Auto noch eine Runde. Komm jetzt. Was? Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt machen wir noch einen coolen Stunt und dann... Ich guck nochmal auf meine Liste hier. Ja, Stunts. Das ist nicht schlecht. Und da Fixflecke drauf? Unter anderem ja. Okay. Ich hab das dann... Egal. Ne, ne, ist schon okay. Hä, woher schießt man denn da drauf? Auf den Kanü... Auf den Kanister da hinten so. Da so. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Vielen Dank.